Seit gut 35 Jahren forscht, plant und baut mit Eckwood mit Glas. Für unsere Oktober-Ausgabe zum Thema Glas besuchten Sandra Greyser und Benedikt Kraft ihn in seinem Unternehmen Octatube im niederländischen Delft. In den letzten 30 Jahren hatten wir etwa 10 Patenten und die wurden auch gegründet. Aber es gibt so viele Innovationen in all diese neue Konstruktionen, dass für jeden Job man ein oder drei oder vier Patenten hat. Dann kommt der nächste Job und man braucht noch einen Patent. Ich bin kein Patent Office, ich bin ein Architekt, arbeitet in einer Faktorie und ich gebe nicht viel über Patenten. Ich habe viele von ihnen gegründet, aber ich habe sie nie benutzt. Wer kommt zu dir und gebt die Ordnung, wie die Architekt, die Owners? Normalerweise sind die Architekt sehr begeistert mit dem, was wir machen. Sie sehen die Möglichkeiten. Strukturelle Ingenieure wollen nur sicher sein, dass die Dinge nicht fallen, oder was. Wir sind immer zu viel für General Contractors und auch für Klienten. So, unsere besten Freunde sind Architekt. Sie apprechieren, was wir machen. Sie haben also die wilde Ideen und kommen zu dir, weil sie das möglich machen können. Das ist so, wie es funktioniert. Ich mache viele Publikationen. Ich mache viele Publikationen. Und sie denken, oh, das ist toll. Und wenn sie das machen können, dann kann ich auch meine eigene Ideen bauen. So, in dieser Faktorie, die Prototypen-Departement ist wie die Chocolate Factory. Die Architekt ist gut. Ja, oder so. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020